Hallo Community, hier sind wir von Trader Online Video Julien. Tag und ich, der Micha. Ja, und heute sprechen wir über Secret Lair, beziehungsweise geheimer Unterschlupf, die Ultimate Edition und den sehr wahrscheinlich limitiertesten Artikel, den wir jemals erhalten haben. Viel Spaß! Trader Mit uns hast du gute Karten. Ja, vor uns liegt dieser Karton. Ja. So, du rätst jetzt, ob da eine Edition drin ist oder mehrere, wir haben noch keinen Begisterl eröffnet. Hier steht drauf Secret Lair Ultimate Edition, the Enemy Fetchlands, das heißt die verfeinerten Fetchländer. Ja. Im Sonderdruck. So limitiert wie noch nie ging es nur an Fachgeschäfte, also VPN, Wizards Play Network Stores, in der Zuteilung von regulär 1 bis 3 Exemplare, Top Shops bis zu 5. Wir haben ein kleines bisschen mehr bekommen, aber es ist so mega limitiert wie noch nie ein Artikel zuvor. Das heißt, vielleicht ist er noch online, denn wir bringen das Video ja am Release Tag online. Nein, es kann aber auch sein, dass er schon weg ist. Und es gab eine große Diskussion über diesen Artikel, weil natürlich Wizards of the Coast schon sagt, okay, wir bringen euch turnierrelevante Karten. Die Karten brauchen wir für Vintage, für Legacy, für das Commander-Format, für das Modern-Format. Und es ist so limitiert, dass es eigentlich eine Wertanlage ist. Denn es ist angekündigt, es wird in dieser Form nicht mehr nachgedruckt werden. Und wir wissen, alles, was selten ist, steigt im Wert mit der Zeit. Ist einfach so. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ja. So, Dr. Messer geht da ganz vorsichtig mit um. Das ist ja wirklich auch so. Also du sagst, du würdest es dir auch kaufen, wenn es nicht für einen Schüler einfach zu teuer wäre. Ja, das ist wirklich teuer, aber sonst finde ich das auch echt cool. So, wir schauen mal. Ja, es ist natürlich schon eine Art, wenn man auch wirklich schaut, was die Länder einzeln kosten in der regulären Variante, dann ist man eigentlich schon beim Preis dieser Box. So, wir machen den Karton mal auf und schauen rein. Ein Karton im Karton. Das bleibt spannend. So ein oder zwei? Wer wäre denn es denn? Einer. Ein Karton im Karton. Stell' mal an die Seite. So, also wir sehen hier nochmal einen Karton. Die kommen ja auch in so eine extra Box. Das ist ja wie Weihnachten hier. So, schön vorsichtig öffnen. Alles mega hochwertig verpackt. Jetzt würde ich hier machen. Ja. So, oh, nochmal. So, da, da ist sie. Oh, nochmal, nochmal, nochmal. Das schaut uns schon in goldener Schrift auf Schwarz Ultimate Edition an. Oh ja. So. Oh, sie sind schon. Okay, dann nochmal Pappe draufgelegt. Ich bin echt gespannt, dass sie dann. Und jetzt geht's weg. Da ist die Secret Lair. Oh, 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 oh. Das ist schon eine coole Box. Fass sie mal an. Ja, okay. Die Idee ist so ein bisschen marmoriert. In der Ultimate Edition. Also, die Box ist so, ja, weiß nicht, 30 mal 30 Zentimeter ungefähr. Das hier sind ungefähr irgendwie, weiß nicht, 10 Zentimeter hoch oder so. Ja. Und seitlich hier so angeschnitten für nur 5 Länder. Ja, das sieht schon echt aus. Die, die da drin sind, ne? Krass, krass. So, okay, okay. Möchtest du sie sich öffnen? Ja, ich öffne. Okay, dann langsam, langsam. Okay, okay. Ach, guck mal. Dann spannt sich das hier so auf an der Seite. Ist es hier nochmal so festgesippert. Wie so eine Schmuckkiste. Hier ist dann nochmal so Hartschaum. Oh ja. Krass. Und hier sind so mega edel. Ja, das ist auch so angestreckt. Hier kann man das von der Seite nochmal sehen. Also, es geht ja hier so schräg runter. Ich schwitze schon. Es geht ja so schräg runter. Das heißt, es ist wirklich so eine Show-Vitrine, wo man das dann immer mal so öffnen kann. Krass. Für den magischen Moment. Für den magischen Moment, genau. So. Und der Deckel bleibt auch offen stehen. Und dann haben wir hier die Länder. Vorsichtig. Vorsichtig. Nochmal. In so einer richtig dicken Hülle, ne? In einer richtig mega dicken Hülle. Ja, und dann nehmen wir sie nochmal raus und zoomen nochmal näher ran, würde ich sagen. Oder? Dann schauen wir nochmal eben ganz kurz. Krass. So eine krasse, dicke Box. Ja, es ist halt einfach. Es gibt ja praktisch diese Artworks nur in dieser mega limitierten Auflage. und die wird auch nicht mehr nachgedruckt. Na, das ist ja gerade das Krasse dabei. So. Und jetzt suchen wir mal ran. Wow. Also die sind schon echt hübsch aus. Also. Sollen wir mal eins öffnen? Ja, ne? Wo kann man die öffnen? Wo kann man die öffnen? Wo kann man die öffnen? Auch an der Seite kann man es öffnen, wenn man ganz vorsichtig rangehen. Die sollen ja... Erst mal Karte kaputt machen. Da, da öffnet sich es. Da öffnet sich es. Oh ja. Und klick. Ja. Es wurde ja gesagt, die sollten, im Ort ich lesen, die sollten voll sein. Die sind gar nicht voll, ne? Ne, die sind. Die sind normal. Die sind normal gedruckt. Und sie sind auch definitiv nicht gewellt. Ne? Das war ja nochmal so eine Beanstandung, dass die Folls eventuell bei Secret Layer immer zu gewellt sind. Aber hier ist gar nichts gewellt. Also sprich, die Karte kommt regulär raus. Sieht super aus. Ja. Also die kommen fein daher. Ja, auf jeden Fall. Die sehen richtig. Die sind richtig. Ich höfst schon aus. Fein, fein, fein daher. Machen wir mal schnell wieder zu. Richtig stylisch. Hätte ich auch schon gerne. Ah, jetzt ist es gesunde. Ja, klar. Jetzt sollte man es auch. So. Und dann sehen wir also entsprechend, wir haben hier den Misty Rainforest. Also wir haben hier die verfeindeten Farben. Das sehen wir ja an dem Farbzyklus hier entsprechend. Blau und Grün sind verfeindete Farben. Ja. Deswegen liegen die auf dem Kreis gegenüber, auf dem Farbkreis. Ne? Ja. Und generell, als zu mir Karte anerkannt, man zahlt fürs Zappen ein Leben. Ihr kann Misty Rainforest opfern und kann seine Bibliothek nach einer Wald- oder Inselkarte durchsuchen und die ins Spielfeld bringen und dann seine Bibliothek mischen. Das gleiche entsprechend dann nochmal und natürlich mit so einem schönen Amazonas Artwork. Ja, ziemlich schon. Und hier auch entsprechend durchnummeriert, Nummer 005. Ja. Slough. Slough heißt Secret Lair Ultimate Edition. Okay. Ja. Da steht es nochmal mit dabei. Und der Name des Künstlers. Ja, dann haben wir die Nummer 4 entsprechend. Ariad Mesa. Mach das gleiche mit Weiß-Rot. Ja, schon cool. Ja, es geht halt einfach um die Limitierung. Geil. Es geht halt einfach um die Limitierung. Dass du halt irgendwas hast, wie die Mega-Ultimate Edition oder das hab ich gekriegt, hat sonst keiner. Ja. Meins. Ne? Ja. Und sie kommen ja auch wirklich so daher, dass man sagt, ja, ich weiß gar nicht, ob man damit spielen will oder ob man sagt, ich bewahre die einfach auf. Denn es ist ja so gestaltet wie in einer Schmuckbox. Dass du sagst, ich bewahre die einfach auf. Das ist ein absoluter Sammlerartikel. Es gab ja heiße Diskussionen im YouTube News Video, haben wir es ja schon vorgestellt. Hier sind wir beim Schwarz-Weiß-Land, Marschflätz. Und die Quintessenz ist, es ist nicht was für jeden. Ja. Aber für einige. Auf jeden Fall. Die werden dann sagen, das ist eine Berechtigung. Skullington ist so auch mit das teuerste Land. Ja. Blau-Rot. Das ist einfach blau. Ja, genau. Ne, also wirklich, die Länder sind auch so entsprechend in der regulären Variante schon sehr kostspielig. Und das sieht auch richtig schön aus, das Upwork. Limited, ja. Ja, das ist halt, es ist halt einfach die Sache mit diesem, ob man sagt, so genau wie Collectors Booster oder so, ich stehe da drauf. Ja. Und mir was richtig Seltenes zu gönnen. Word & Cutterkommst, finde ich vom Artwork auch richtig super. Ja. Mit der Engel-Statue entsprechend nochmal dahinter. Das ist krass, krass. Ja. Wir packen es mal wieder zurück. Schön vorsichtig. Hol noch mal den Karton. Schreibt mal in die Kommentare, wie eure Feelings-Satze sind. Ob ihr sagt, okay, ist schon schön. Auch wenn man es sich nicht kauft, dass man doch sagt, ja, es hat so eine Daseinsberechtigung. Und wir machen das mal wieder schön zu, denn tatsächlich werden wir auch diese Box in den Verkauf geben. Wir werden keine für uns behalten. Musst du jetzt mal ganz tapfer sein. Denn es gibt ja so wenige. Und da geht natürlich die treuen Kunden immer vor. Ich muss rauszoomen. Ich muss rauszoomen. Ach, was hast du das doch? Habe ich doch schon gesagt. Da ist die Box. Ups. Ups. So. Ach, zu nervös. Ja, zu nervös. Okay, also wir haben es gerade zurückgepackt. Gut. Aber wir lassen das Video jetzt so. Ja? Ja. Ja. Okay. Gut. Dann, also von uns kriegt es tatsächlich einen Daumen hoch. Ich finde das gut. Sehr cool. Ich finde das richtig super. Ist kostspielig, aber durch die Spielstärke hat es auch seine Daseinsberechtigung und natürlich entsprechend durch die mega krasse Limitierung. Ja, aber wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie eure Feelings sind. Und wenn es euch interessiert, wenn ihr es kaufen sollt, geht mal auf die Webseite und seid schnell. Ja. Viel Glück und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.